Was sind die größten Fehler bei der MC-Anpassung im Phono-Bereich? Hallo und herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Wer MC-Tonabnehmer bei seinem Schaltbandspieler verwendet, steht vor mehreren Problemen. Zum einen geht es darum, dass das Teil überhaupt erstmal deutlich mehr Verstärkung braucht als ein MM-Pickup, der viel einfacher ist. Normalerweise sind das ungefähr Faktor 10 mehr, also 20 dB. Und zum Zweiten wird immer wieder das Thema Anpassung thematisiert. Es heißt, dieses MT-System muss am besten so und so angepasst werden. Da braucht einer einen ganz speziellen Widerstand, sonst läuft das nicht richtig. Und ich versuche da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vereinfache an der Stelle auch stark. Also das jetzt schon mal für die ganz besonders guten Fachleute, die nochmal viel mehr wissen. Das Thema ist natürlich insgesamt noch komplexer, als ich es hier beschreibe. Aber ich versuche es erstmal auf eine einfache Art und Weise zu erläutern. Wenn wir uns so ein MC-System anschauen, dann stellen wir uns das ja idealerweise so vor, dass wir hier, wie auf der Zeichnung zu sehen, dass wir einen Generator haben, eine Spannungsquelle sozusagen. Und dann kommt an diese Spannungsquelle eben dieser Widerstand. Das ist letztendlich schon sozusagen der größte Fehler überhaupt, den man machen kann, nämlich zu unterdrücken oder zu vernachlässigen, dass wir es zunächst mal erst mit einem technisch realistischen oder mit einem reellen System zu tun haben bei einem MC-System. Und jede reelle Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand. Das sehen wir hier auf der nächsten Zeichnung. Das heißt, wir haben hier den Generator, der die Spannung erzeugt und wir haben dann einen Innenwiderstand, weil diese Spulenwicklung geht nicht widerstandsfrei. Und dann haben wir eben den Lastwiderstand. Dieser Innenwiderstand ist nun enorm wichtig für die Anpassung, für die Betrachtung des Widerstands, die wir da verwenden wollen, also von der Widerstandsgröße, die wir da verwenden wollen. Es ist nun so, dass für die bestmögliche Anpassung als Spannungsquelle der Anpasswiderstand eine Größe haben sollte von mindestens Faktor 10 des Innenwiderstandes. Weil in dem Fall ist es so, dann haben wir eine sogenannte Spannungsanpassung. Dann wird also weniger als 10% der Spannung verloren gehen, sozusagen durch diese Anpassung. Und die Spannung als solche bleibt unbeschadet. Wenn wir uns das so anschauen, dann sehen wir, dass im Prinzip die Komplettspannung dieses Generators an diesen beiden Widerständen, nämlich an diesem Innenwiderstand und einem Lastwiderstand, abfällt. Und diese Betrachtung führt dann dazu, dass wir uns das auch so vorstellen können. Das ist nämlich tatsächlich so, dass wenn wir überlegen, wie ändern wir den Anpasswiderstand, dann ist das genauso wie bei einem Potentiometer. Wenn wir den Hahn zudrehen. Faktor 10 ist deshalb wichtig, weil wir sonst tatsächlich schon langsam in den Spannungsverlust reinkommen. Das heißt, es gibt ja Hersteller-Empfehlungen, die sagen, ungefähr Faktor 5 könnte man schon anfangen. Ja, das kann man tun. Man kann aber auch dabei schon im Hinterkopf behalten, auch wenn man Faktor 5 nimmt, gibt es einen Verlust von ca. 1,5 dB, das mühsam aus diesem kleinen und leisen MC-System herausgekitzelten Spannungswert ist. Und der Worst Case, wo ich immer wieder mit konfrontiert werde, auch in Anfragen, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt hier ein System, das hat 20 Ohm Innenwiderstand, schicken Sie mir bitte einen 20 Ohm Widerstand zum Anpassen. Und dann habe ich häufiger Mühe zu erklären, warum das nicht das Richtige ist. Fakt ist aber, ein 20 Ohm System mit einem 20 Ohm Widerstand angepasst bedeutet, dass tatsächlich eine Hälfte der Signalspannung verloren geht. Das heißt, wenn wir ein System haben, was sonst vielleicht 0,3 Millivolt Ausgangsspannung hat, hätte es dann nur noch 0,15 Millivolt. Das heißt, im Gegenzug müsste der MC-Verstärker 6 dB, also diese Faktor 2, wieder ausgleichen. Und gerade MC-Verstärkung ist sehr kritisch, weil wir da ohnehin sehr weit oben sind, üblicherweise bei 1 Kilohertz mindestens Faktor 1000. Das heißt, bei 20 Hertz sind wir dann bei Faktor 10.000. Das sind also enorm hohe Verstärkungen. Diese enorm hohen Verstärkungen sind auch sehr schwierig, rauscharm zu realisieren. Da kommt einfach die Physik an ihre Grenzen. Oder andersrum, da kommt die Elektronik an die Grenzen der Physik. So muss man das sagen. Und deshalb ist es wichtig, darauf zu schauen, dass man halt eben nicht übermäßig viel Spannung verliert. Prinzipiell ist es so, dass bevor dann dieser Spannungsverlust einsetzt, also bevor man wirklich richtig hört, das System ist jetzt merkbar leiser. Davor wird durch die Dämpfung aber auch ohnehin schon das System, ich würde sagen, nach und nach erwürgt. Das heißt, das, was man bei MC-Systemen ja eigentlich schätzt, nämlich diese Lebendigkeit, die Spritzigkeit, das Agile, das wird schon mit zu kleinen Widerständen totgedämpft. Auch hier spricht also sehr viel dafür, Widerstände zu nehmen, die halt eben nicht zu klein sind. Und auch hier wieder mein Plädoyer dafür zu sagen, okay, wir betreiben das System in Spannungsanpassung. Das heißt, wir verwenden Widerstände, die mindestens zehnmal so groß sind, wie der Innenwiderstand des Systems. Und ja, das ist natürlich so, dass man eigentlich das jetzt auch noch, wie gesagt, deutlich komplexer betrachten könnte. Nämlich, dass man auch noch, um die Resonanzspitze im obersten Frequenzbereich zu egalisieren, entsprechende Kondensatoren parallel schaltet. Das habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen, aber auch bewusst, weil die Kondensatoren bei MC-Systemen mit kleinem Innenwiderstand dann zum Teil so enorm groß ausfallen müssten, dass mit dieser kapazitiven zusätzlichen Anpassung zur Linearisierung des MC-Frequenzgangs dann einfach eine unglaubliche Phasendrehung mit einherginge. Und diese Phasendrehung führt dann einfach nochmal ganz anders zu Impulsverfälschungen. Und das ist ja nun gerade das, was wir bei MC nicht haben wollen. Also, von daher, am besten würde ich sagen, fährt man mit Faktor 10 oder größer. Zum Reality-Check, also einfach zum persönlichen Überprüfen, was tut sich denn da mit den verschiedenen Impedanzen, auch einfach gerne mal hin- und herschalten. Also bei unseren Phonostufen haben wir 100 Ohm und 1 Kilo Ohm und ansonsten halt 47 Kilo Ohm. Also auch Gerüchte über bestimmte Werte oder Empfehlungen einfach mal durch eigenes Hören überprüfen. Das schadet nie und bildet. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit den Schallplatten. Musik 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 Musik